So... Ah, da, Portal. Also ja, ich habe ja alles schon mal gespielt. Das sind die Katakomben von Aperture. Und das sind die alten Testkammern, wo dann kommen. Das weiß ich jetzt noch. Also so die richtig alten. Darum hat sich auch gerade das Aperture-Logo verändert. Das wird jetzt noch 2-3 Mal verändert. Je nachdem, was für ein Jahrzehnt wir spielen. So von den Testkammern her halt. Und da gibt es dann noch ein paar interessante Sachen. Hebel auf. Gut. Großes. Großes. Tor. Sehr großes Tor. So. 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 Knopf. Knopf. So. 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 das Tor wird geöffnet. Sesam öffne dich. Aber ich frage mich, wie sie das Ding da gegossen haben, weil es ist doch riesengroß. Ob das ein einzelnes Guss Teil war oder mehrere. So. 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 Ich hab mich dagegen gelebt. So. Und hier hinten sieht man Aperture Sire. Naja, was das ist davon übrig ist. Das wie man hier sieht, sind so ältere Test-Kammern und Testabschnitte, kann man eher sagen. Was haben wir da? Machen wir schon mal Portale hin, aber wir können uns ja erst noch ein bisschen umschauen. Notice, Experiment Discount. Keep out, Contaminated Area. Underground Train to Test Shaft 129. Okay, Testkammer 1 bis 8. Ja, da lang. Schalter. Auf. Okay. Okay. Hier, ich, ich, ich. Aber ja. Ha! Ihr habt euch auf der Party schon kennengelassen. Erlaubt, dass ich mich kurz vorstelle. Ich bin Cave Johnson. Ich bin Cave. Ich bin Cave. Ich bin Cave. Ich bin Cave. Der Wissenschaft. Au. Au. Ja gut, jetzt muss ich mal überlegen, wo kommen wir nicht direkt? Ich weiß es doch schon nicht mehr. Das muss doch irgendwie... Irgendwo möglich sein. Ne, also ab hier wird es jetzt ein bisschen komplexer mit den Testkammern. Eigentlich will ich fliegen. Deswegen kann es auch ein bisschen dauern, bis ich dann schlussendlich die Lösung gefunden habe. Wir gehen jetzt mal dahin, setzen hier ein Portal und springen. Könnte direkt klappen, ja wunderbar. Ich bin so gut. Bei uns werden täglich tausende von Tests durchgeführt. Die kann ich nicht alle versuchen, aufsichtigen. Darum habe ich diese Nachrichten aufgenommen. Schön. Damit kann ich auf alle Fragen und Zwischenfälle reagieren, die bei diesem Forschungsamt feuer aufsetzen können. Dein Testprogramm hängt von deiner Fähigkeit, der Welt einen Willen aufzuzwingen haben. Also das ist Cave Johnson. Also hier sollte das Rückstoß gehen für uns testen. Folgen bitte der blauen Linie auf dem Boden. Da ist keine blaue Linie. Für alle, die sich zur Injektion von Gottesanbeterin DNA gemeldet haben, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Schlecht? Der Test wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Gut, sie haben etwas viel besseres. Du kämpfst gegen eine Armee von Gottesanbeterin. Nimm eine Waffe und folge der gelben Linie. Du merkst von selbst, wenn der Test losgeht. Okay. Das Portal ist weg. Ach, da geht ja kein Portal. Okay. Okay. Fahren wir ganz hoch. Jetzt überlegen, da kommen wir nicht hin. Wir müssen da rüber. Genau. Da müssen wir zucken. Und... Hier war es, glaube ich. Genau. Pfuh! Und Jump! Action! Ich könnte der beste Parkour-Spieler werden, den es auf der Welt gibt. Und... Pump Station Alpha. Gel Pressure Control. Grünes Licht. 100%. Pump Station Alpha. Ja. Irgendwas Flüssiges wurde gerade angestartet. Ich weiß nicht mehr, wo ich hinwass. Schluck. Ja, unten ist der Ort. Da. Nein. Unten war schlecht. So. Und da. Unten war schlecht. Ah, ich muss da hin. Bei mir. Nein. Versagen? Ich mache das eine. Ja, danke. Das war's. I Coffee. Ich habe ja nicht. So, hier müssen wir lang, oder? Nein, doch. Hier lang. Auf dem Röhrchen. Es heißt Wissenschaftler sind wie Zwerge auf den Schultern von Riemen. Okay. Echt? Wir brauchen niemanden, der uns einen will. Das stimmt wohl, wenn man GLaDOS sieht. Ich muss kurz hier richtig hinsetzen. Das sieht aus wie so ein Dingsbums hier. Genau. Portalgrill. Und wir fahren hoch. Und wie ihr seht, das habe ich vorhin gemeint mit dem Aperture Logo. Das ist jetzt mal so das erste Logo von Aperture, wo wir jetzt dann sehen. Eines der alten Aperture Logos.